Ah, mein Streamer-Device ist abgestürzt. Hey, ich glaub, mein Stream läuft wieder, jetzt lassen wir das singen, sonst hauen bei mir noch tatsächlich alle ab. Ach, du hast treue Zuschauer, die wissen das ja auch, das ist sogar ein Qualitätssiegel, nur echt mit diesem Absturz. Die wissen, dass sie in einem Odd-Wald-Stream sind, wenn der Stream aufhört, dann verpasst man auch keinen Blockbuster mehr, ne, du denkst so, äh, pff, Film of Pro 27, 2015 fängt da an. Ja, ja, genau, genau. Der hat noch einen Stream, der mich daran erinnert, wann der Blockbuster anfängt. Genau, das ist so timecodiert, ne. Ja, zumindestens, das schreibt gerade Nectrex Group, er könnte russisch, er hat Wodka geschrieben. Wodka? Ja, Wodka, das hätte ich jetzt auch noch hinbekommen, ähm, ja, und, äh, gerade Masterchef sagt mir, gerade er hat uns beide offen, äh, ich habe mal zwei gehört, dass mal jemand den aufreißen will, aber ich hoffe, er meint das nicht so, also ist er ja, das ist ja die Katastrophe, ja. hier ist gerade richtig action los die jagen sich gegeneinander und jetzt erzählt dass da noch ein buch geflogen kommt ein horn hier ist hier ist eine regenbogen kotzen einen cat kanone die da steppt jetzt die ganze gegend hier weg wir sind ja doch hier nicht in hello kitty land oder so was einhörner hat ja noch nie gehört einhörner so was unrealistisch ich werde mal wieder meine position wieder etwas mehr ran machen einhorn gegen pole was für ein das verstehe ich jetzt nicht das musste mir noch erklären scope nee der hat mich gesehen das ist eine blöde position hier das müsste eigentlich sein aber wo dein problem er jetzt sein durfte du spawnen setzte wirklich bei eine menge fliege zeug drin das okay das ist vielleicht noch ein street irgendwie so im hintergrund der pole klaut dem einhorn das horn und ist dann selbst ein einhorn ich nehme davon auch eine portion daumelkäfer fragt gerade vielleicht bringt der pc-neustart eventuell was 20 minuten ja er braucht halt weile und dann wieder starten vermute gerade einfach kein ok 20 minuten ist aber doch ein bisschen her wie war ja es ist halt wenn ich ihn frisch starte stundenlang aus war dann geht das fix ach so wie starte wenn er schon mal an war dann dauert das halt ok ich habe jetzt vermutlich noch das licht am game overlay das ist mal abschmiert dass das der teil dass der abschmiert dieses steam overlay halt das jetzt mal aus ich habe es eh noch nie benutzt es geht mal da weg ich will noch mal ein bisschen snacken hallo zocker der 123 war früher auf einer polnischen internetseite jetzt ist mein maus pfeil von weg leute ich weiß nicht was da sache ist hier das ist ja was kann ich denn davon dass die von den einhorn auf einmal sowas kommt master schieft jetzt jedenfalls dass er deswegen jetzt zwei mauspfeiler hat jaja das war vom master schief die spezielle service seite internetseite ich will nicht wissen was dort feil geboten wird ja wir werden hier werden mauspfeiler angeboten heute im angebot fünf mauspfeile für den preis von 20 mauspfeilen ja das war jetzt ein creme rex gerade genau den habe ich auch gesehen den gibt es jetzt mit sahnehäubchen dlc und wenn man dann noch 50 euro investiert gibt es die kirsche auf den kopf oben drauf es wird gerade leiser was ist jetzt los hört ich versuche es jetzt einfach mal mit beduld dass ich mal mehr als drei minuten wartet vor ich das programm wieder kille ich glaube die leute haben sich jetzt so oft gegeneinander gekillt dass das jetzt auf einmal so jetzt wird es doch wieder lauter ja master schief ein cent verkackt war schade war also das wäre beinahe gewonnen so ist das manchmal die gute kohle ich bin ja sowieso am überlegen ob ich mir zum beispiel hier das eine schöne weltraum spiel wurde welches ich komme gerade nicht drauf stars da ja das war was du neulich gespielt hast das habe ich neulich gespielt damit es da sowieso mit versklaven und so weiter und so genau stelares das war es doch ja das spiel ist gestartet weißt du auch noch welchen server das war das war immer noch netherland pink perfekt der ist gar nicht mal so voll ich steine da mal drauf und gleich sobald ich auf der karte bin und nicht tot er füttert das spiel so zocker hat gerade geschrieben so ende mit den witzen nachdem er noch geschrieben ja übrigens ja danke sehr exo sein schon jetzt komme ich ganz durcheinander ja zocker sehr und ja exo schreibt da gluten abend du hast ja ohne guten beschrieben ja ja natürlich weil der der stream ist ja heute definitiv gluten free ja wir schaffen es denn jemanden zum blut zu bringen ja da ist mein stream motto wohl leichter zu füllen all flesh must be eaten ja so ist das manchmal irgendwas weiter gesang ach ja ja das habe ich auch bei einer fallout folge gemacht bei mir bei beim youtube-kanal müsst ihr mal gucken das steht da unten der link bei der fallout serie da gibt es auch gluten glutenfreies wasser es klingt nicht gesund es ist bio wasser da steht bio wasser glutenfrei also das ist das ist sehr gesund das ist super so wie sieht es denn mit den status aus bist du drinne ich bin vom server geflogen ich grüß gerade erneut du bist vom server geflogen denn er hat gesagt hey wenn dieser hotfrog weiter den kann doch nie leiden oh oh jetzt sieht es gut aus ich sehe Himmel ich also als wir diese Gesprächszeit hatten mit der server speichert doch bestimmt mein charakter ja speichert eigentlich alles es läuft ja echt rund bei dir es läuft ja gerade ganz rund bei dir so also da hinten jetzt am spawn lake sind eine menge kehrbeers die haben gerade den kehrbeertanz gemacht ich bin wahrscheinlich auf der komplett anderen seite der karte gespawnt ich kann es nicht mal zeigen weil der verdammte person die weiß das spiel nicht findet ich kann ja zumindest erst mal versuchen dich zu inweiten ähm so ja probier mal gehts ich drücke F1 aber ich hab ja keine Anzeige nochmal ich drücke ich drücke das ist das ist von ich kann jetzt dafür ja ja jetzt steht es auf deine armen Viewer die meinst du noch gut mit dir achso die meinst du noch gut mit mir herrlich also wenn einer meiner Viewer das wirklich gut mit mir meint ich habe ja keinen donate button aber ihr könnt gerne bei mir mal vorbeikommen und meine Schulter massieren ich nehm mir dann natto rein an der Viewer darf auch weiblich sein ich würde es gruselig finden wenn plötzlich Leute bei mir klingeln die über die Schulter massieren wollen ja ich würde nicht aufmachen ich würde nicht aufmachen auch wenn es eine ganz angenehme Viewerin ist ja weiß nicht die Bilder mich äh was weiß ich Fesselspiele im Keller keine Ahnung jetzt wird schon hier gefragt wo ich wohne so schnell geht das ja also der Master Chief wohnt zumindest schon mal am Rand von Berlin also der head schon mal ganz nah dran ja 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 so hast du deine Position mittlerweile lokalisiert äh meine Position ist links von der unsichtbaren Wand relativ mittig relativ mittig ich nehm's zurück vielleicht auch relativ am Arsch der Welt aha AADW ich bin wenn ich mich irre äh äh ich glaub nah Twin Lake ja ich würde nah Twin Lake sein nah Twin Lake na das ist doch schon mal ne Angabe das heißt ich werd mal Richtung äh Snoozo Temple und dann Richtung weiter Hidden Lake laufen und dann müssten wir uns theoretischerweise immer doch mal über den Weg laufen ja ich versuch mal den Weg Richtung Twin Lake zu finden ja jetzt kann ich auch mittlerweile mein äh Chat lesen oh die Fessel und Doktor Spliff ja ja also irgendwie meinen unsere Viewer das heute wirklich sehr gut mit uns ja 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 bin mir noch nicht sicher ob ich ganz sinnvoll Humor mag also deiner der ist ja schon ein bisschen antipolnisch ach meine Viewer sind ja eh viel besser als deiner das ist ja jetzt bekannt aha ja 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 jetzt machen wir hier schon Viewer Wertung ne da halte ich mich raus ich halte das alles wertungslos ach du Schande der ist der ist jetzt sogar mal nicht antipolnisch der ist jetzt so von und wieder Zocker her ja der Prinz ist total angepisst Rapunzel ließ ihren Haaren herunter ne Exos reicht aber der ist sogar wirklich mal ganz nett der wäre sogar was dienstlich brauchbar bei mir den kann ich sogar im Dienst benutzen entweder schläft der oder er ist tot wer ich habe einen Trike gefunden aha ne er lebt noch er lebt denn der kleine Trike dennoch trike dennoch knabber ihn an knabber ihn an dann weißt du es schon ja naja ich glaube er atmet noch ich glaub er atmet noch ich kann ja 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 er ist doch noch nicht lange gerade ich ne er blutet nicht aha weißt du ich beiß grad die bis hängt er irgendwie in seinen Körper rein ja er ist wohl afkar ja